So, der linke hat wieder zu viel... zu viel Spielen. Weil oben der Schicker fällt ja auch wieder schick hier hin. Das war nicht gut. Ne, das war's schon. Oh ne, das war's schon. Ja, das war's. Oh ja, gut, warte mal. Gleich Glück ist ja immer die Sperre. Ne. Da. Ah, so. Das war's schon. Ja. Das war's schon mal. Das war's schon mal. Ja. Oh ja, gut. Oh ja. Oh ja. Oh, das war's schon mal. Oh ja. Oh ja, ja. Das ist ein guter Winkel mit 40 Zoll großen Samsung Curve Polaris 80.000 Euro. Das ist der Land an die Qualität. Noch ein guter Winkel. Autorene über 20 im Freifeld. Der Samsung Curve Polaris 80.000 Euro. Jetzt nur 499,99 Euro. Ja, stopp. Einzigstelle. Steiger 1.000 Ich muss hier ein Kreuzgelenk. 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 Ich muss hier ein Kreuzgelenk.